Musik 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 Morgen, liebe Geschwister. Lass uns mit einer stehen, wie wir beginnen. Amen. Amen. Okay. Okay, this morning, we're going to begin with looking at the counterfeit of the Godhead. And I want us to understand that this doctrine right here is the foundation of the Catholic faith. And I want us to understand that this doctrine is the foundation of the Catholic faith. And the pioneers, right, they have just come out of the dark ages. And they were very familiar with this doctrine right here. And they were very familiar with this doctrine right here. So, because the Seventh-day Adventist Church uses this word Trinity in their 28 fundamental beliefs. And they use the pioneers to say, look, even the pioneers don't agree with the Godhead, but it's nonsense. If you look at what the pioneers were fighting against, they were fighting against the Trinity. It's estimated between 50 to 100 million Christians were murdered by the Catholic Church during the dark ages. Es wird geschätzt, dass um die 50 bis 100 Millionen Christen in dem Mittelalter von der katholischen Kirche ermordet worden sind. And many of them died, because they refused to believe this truth. Und viele von denen sind gestorben, weil sie sich geweigert haben, diese Lehre über die Trinität zu glauben. Because the Catholic Church would force Christians to take Mass, to agree to this doctrine, and then they wouldn't persecut them anymore. Denn die katholische Kirche hat die Christen gezwungen, die Messe zu sich zu nehmen und auch dann diese Lehre vor allen Dingen zu glauben und zu bekennen. Und dann würden sie sie auch nicht mehr verfolgen. So, we need to not be deceived about this, to have the wrong understanding of this. It's going to affect our salvation, drastically. Deswegen, wir sollten uns nicht über diese Sache täuschen lassen, wenn wir ein falsches Verständnis haben über die Gottheit, also diese Trinität hier, Glauben, den Katholiken. Das wird unsere Erlösung wirklich sehr beeinträchtigen. So, and we can see yesterday there are some strong feelings towards this particular truth. Wir konnten auch gestern sehen, da gibt es schon einige emotionale Reaktionen bezüglich dieser Punkte hier. Okay, but what I'm going to start with is a quote from one of the pioneers, from Joseph Bates. Ich möchte jetzt hier mit einem Zitat von unserem Pionieren anfangen, nämlich von Joseph Bates. And he, in this, let's read the quote and then we can discuss it. Wir werden jetzt erstmal das Zitat lesen und dann werde ich darüber diskutieren. Er sagt, meine Eltern waren mit all ihren bisher bekehrten Kindern langjährige Mitglieder der Gemeinde und hofften sehnlichst, dass wir uns auch mit ihnen vereinen würden. Aber sie hielten an einige Punkte ihres Glaubens fest, die ich nicht verstehen konnte. Ich will nur zwei nennen, ihre Art der Taufe und die Lehre von der Dreifaltigkeit oder Trinität. Mein Vater, der lange Zeit als Diakon bei ihm tätig war, bemühte sich, mich davon zu überzeugen, dass sie in Fragen der Lehre recht hatten. Ich teilte ihm mit, dass ich in Bezug auf die Taufe beunruhigt sei. Er sagte, ich habe dich als Kind taufen lassen. Ich antwortete, dass das alles zwar gemäß seines Glaubens sei, die Bibel jedoch lehrte, dass wir erst glauben müssen und dann getauft werden können. Doch als Kind war ich nicht fähig zu glauben. In Bezug auf die Dreifaltigkeit oder Trinität kam ich zu dem Schluss, dass es für mich eine Unmöglichkeit war, zu glauben, dass der Herr Jesus Christus, der Sohn des Vaters, auch der Allmächtige Gott, der Vater, ein und dasselbe Wesen war. Was lehnt er ab zu glauben? Dass der Vater und der Sohn ein und dasselbe Wesen sind. Wir haben ja verstanden, dass Christus und der Vater nicht ein Wesen waren, sondern sie waren zwei voneinander unterschiedene Wesen. Und wir werden gleich lesen, dass die Katholiken selbst lehren, dass Gott, der Sohn und der Heilige Geist ein Wesen sind. Er sagte, ich sagte zu meinem Vater, wenn du mich davon überzeugen kannst, dass wir in diesem Sinne eins sind, dass du mein Vater bist und ich dein Sohn, und auch dass ich dein Vater bin und du mein Sohn, dann kann ich an die Dreieinigkeit glauben. So, you can clearly see that this is just one of the many pioneers that oppose this doctrine. Also, man kann klar sehen, es war einer von den vielen Pionieren, die diese Lehre entgegentraten. So, this is the main point that I want you to see, that the Godhead is three beings, but the Trinity is one being, right? It's Satan all by himself. Und das ist der Hauptpunkt, den ich euch sehen lassen möchte, ist, dass die Gottheit drei Wesen sind, aber die Trinität ist nur ein Wesen, und zwar Satan selbst. Okay, now we're going to read, it's from the pioneers, but they're writing about what the Catholics believed in this doctrine. Und das ist jetzt ein Zitat, auch aus den Pionierschriften, das haben jetzt die Pioniere geschrieben, aber sie schreiben jetzt über das, was die Katholiken unter der Trinität verstehen. Theodor, der Patriarch von Nibuzlen, sagte auf dem Zweiten Konzil von Nizza, dass Maria wahrhaftig die Mutter Gottes und Jungfrau vor und nach der Geburt ist. Er sagt, dass sie in einem Zustand geschaffen wurde, der habender und herrlicher ist als der aller Naturen, sei es intellektuell oder körperlich. Was sagen sie hier über Maria? Sie wurde in einer erhabeneren und herrlichen Natur geschaffen als irgendjemand anderes. Sie sagen letztendlich, dass sie eine heilige Natur hat. Was zerstört das sofort in der Bibel? Sie ist ja die Mutter Christi. Wenn er menschliches Fleisch er angenommen hat, wessen Fleisch hat er auf sich genommen? Ja, er hat ja Marias Fleisch übernommen. Das ist sofort ein Problem, er ist nicht mehr so wie wir. Lass uns weiterlesen. Dies stellt die Natur Marias ganz klar über jede wirkliche Ähnlichkeit oder Beziehung zur Menschheit oder der menschlichen Natur, wie sie ist, hinaus. Wenn wir dies klar vor Augen haben, sollten wir dieser Erfindung in ihrem nächsten Schritt folgen. So ist es, wie in den Worten von Kardinal Gibbons gesagt wird, wir bekräftigen, dass die zweite Person der heiligsten Dreifaltigkeit, das Wort Gottes, das in seiner göttlichen Natur von aller Ewigkeit aus dem Vater gezeugt wurde und mit ihm wesensgleich ist, in der Fülle der Zeit wieder gezeugt wurde, indem er von der Jungfrau geboren wurde und so aus ihrem mütterlichen Schoß eine menschliche Natur von gleicher Substanz mit der ihren zu sich nahm. Soweit das große Geheimnis der Menschwerdung in der natürlichen Ordnung widerspiegelt werden kann, ist die selige Jungfrau unter dem Schatten des Heiligen Geistes, indem sie der zweiten Person der anbetungswürdigen Dreifaltigkeit, wie es die Mutter tun, die Mütter tun, eine wahre menschliche Natur von gleicher Substanz mit der ihnen ihren vermittelt, dadurch wirklich und wahrhaftig seine Mutter. Fügen wir nun diese beiden Dinge zusammen. Erstens haben wir die Natur Marias nicht nur als ganz anders als der Rest der Menschheit dekundiert, sondern erhabener und natürlicher als alle Naturen. Und damit ist sie völlig jenseits jeder realen Ähnlichkeit oder Beziehung zur Menschheit, wie wir sie sind. Als nächstes haben wir Jesus beschrieben. Wird er von ihr eine menschliche Natur von derselben Substanz wie die ihre nahm? Aus dieser Theorie folgt daher so sicher wie 2 und 2 machen 4, dass der Herr Jesus in seiner menschlichen Natur sehr verschieden von der Menschheit ist. In der Tat ist seine Natur überhaupt nicht die menschliche Natur, sondern die göttliche. Das ist die römisch-katholische Lehre über die menschliche Natur Christi. Aber der katholische Glaube ist nicht der Glaube Christi. Es ist der Glaube des Antichristen. Die katholische Lehre über die menschliche Natur Christi besteht einfach darin, dass diese Natur überhaupt nicht die menschliche Natur ist, sondern göttlich. Sie besagt, dass Christus in seiner menschlichen Natur so weit von der Menschheit getrennt war, dass er völlig anders war. Eine Natur, in der er keine Art von Mitgefühl mit der Menschheit haben konnte. Okay. So, the pioneers understood very clearly that what represents Antichrist. Also Primero haben sehr deutlich verstanden, was den Antichristen repräsentiert. It's denying that God came in the flesh. Das ist ja, dass du verleugnest, dass Gott ins Fleisch gekommen ist. Okay. That God became into a sinful, broken flesh, just like ours. Gott, in dieses sündige, zerbrochene Fleisch kam, das auch wir haben. Now, the nature of God, or should I say, the nature of Christ, the nature of man, what's the difference? Wenn wir zur Natur Christi und Natur des Menschen kommen, was ist der einzige Unterschied zwischen beiden? What's the difference? What's the difference? There's a difference, but you have to... Liebe Freunde sind es. Okay, okay. Explain that in a term that everybody can use. Erklär das bitte in einem Ausdruck, so dass jeder das nachvollziehen kann. Nein, das ist es. Die Neigung, zu sündigen zu müssen. Where are these two stages you're talking about? Are they with your finger? Diese Neigung, zu sündigen, aber wo sind sie platziert? Sind die im kleinen Finger oder im Zeitfinger? Or what's your heart? In unserem Herzen, aber was ist unser Herz? Your mind, right? Unser Verstand. So it says in the Bible, we have to have the mind of Christ. In der Bibel steht ja, wir müssen die Gesinnung Christi haben. So Christ was in a broken, sinful, fleshly body, but his mind was the mind of God. Christus war in einem zerbrochenen, sündigen Körper, aber sein Verstand war der Verstand Gottes. We are also in the same flesh, but our minds are corrupted. Wir sind in demselben Fleisch, aber unser Verstand ist korrumpiert. So our mind is in bondage to our flesh. Unser Verstand ist in Gefangenschaft gegenüber unserem Fleisch. The higher powers do not rule the law. Die höheren Mächte herrschen nicht über unsere niedrige Natur. The flesh says, I want this. The mind says, okay, you can have it. Unser Fleisch sagt, ich möchte das. Und unser Verstand sagt, kein Problem, du kannst es haben. But Christ said, no, I will not do what the flesh says, I will do what my father says through the word. Aber Christus hat immer gesagt, nein, ich werde nicht das tun, was mein Fleisch sagt, sondern ich werde das tun, was mein Vater sagt. So this is the plan of salvation. And this is the plan of salvation. Through the word, he gives us power in our mind to conquer the flesh, to say no to those things, that tempt us. Durch das Wort, das er Kraft gibt für unseren Verstand, so dass wir nein sagen können zu den Versuchungen unseres Fleisches. Right? Right? So this understanding about Christ coming into the flesh is a salvational point. Und dieses Verständnis, dass Christus ins Fleisch gekommen ist, ist ein erlösungswichtiger Punkt. Und die katholische Lehre der Trinität pervertiert dieses Verständnis. Und in deren Verständnis hätte Christus niemals fallen können. Es war in ihrem Verständnis unmöglich, dass Christus jemals sündigen konnte. But the Bible says, Christ was tempted in all points, right? Like us we, yet without sin. Aber die Bibel sagt ja, Christus wurde in allen Punkten versucht, so wie wir, doch ohne Sünde. And if you read the desire of ages, page 117, it says very clearly that his test was far greater than ours could ever be. Und wenn wir im Leben Jesu lesen, da können wir ganz klar nachlesen, dass sein Test viel größer war, als unser jemals sein wird. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir diese Dinge verstehen. So let's read Hebrews chapter 2, verses 14 to 18. Lesen wir jetzt Hebräer Kapitel 2, Vers 14 bis 18. Da nun die Kinder Fleisch und Blut gemeinsam haben, ist er in ähnlicher Weise dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den aus der Wirksamkeit setzte, der des Todes gewalt hat, nämlich den Teufel. Und alle diejenigen befreite, welche durch Todesfurcht ihr ganzes Leben durch den Knechtschaft gehalten wurden. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem den Brüdern ähnlich werden, damit er barmherzig wird und ein teuer, hoher Priester vor Gott, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Okay, Frage. Wer hat Christus gedient, kurz bevor Jesus ans Kreuz ging? Wer kam aus dem Himmel und hat Christus dann gedient? Moses und der Liam. Okay, Elijah und Moses. Das war Elijah und Moses. Warum nicht irgendwelche anderen Engel? Warum nicht irgendwelche anderen Engel? Weil sie selbst diese irdische Erfahrung durchgehebt haben. Okay, weil sie selbst durch den Erlösungsplan bereits durchgegangen sind. Sie sind durch den ganzen Erlösungsplan gegangen, sie sind versucht worden und sie haben überwunden durch die Gnade, die durch den Glauben kommt. So they came to encourage him, right? Und sie kamen jetzt, um Christus zu ermutigen. Because they knew exactly what he was going through. Denn sie haben genau nachvollziehen können durch das, was Christus durchgehen musste oder durchgegangen ist. So Christ, when he goes to the cross, he can minister on her behalf because he knows what we are going through, right? Und deswegen, wenn wir auch ans Kreuz gehen, da kann Christus uns helfen, denn er weiß ganz genau durch das, was wir durchgehen müssen. Right? Is that what Hebrews 2 just explained to us? Is that what Hebrews 2 just explained to us? Right? That he, he suffered just like we suffer and therefore he's able to minister on our behalf. So in this quote that we read before from the Advent Review Sabbath Herald, it says that the catholic understanding of this topic is the doctrine of Antichrist. Und in dem Zitat, was wir eben gerade hier gelesen haben von Ihrem Pionieren über die katholische Lehre, haben Sie ja gesagt, dass Ihr Verständnis die Lehre des Antichristen ist. So, if we look at God of 1 John here, wenn wir jetzt zu 1. Johannesbrief gehen, Kapitel 2, Verses 22-23, und zwar Kapitel 2, Verses 22-23, da steht, wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus sei? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Okay. So in order to have the father, you must accept the son. Right? Also damit du den Vater haben kannst, musst du auch den Sohn anheben. Okay. Antichrist denies the Son and therefore denies the Father. Der Antichrist verleugnet den Sohn und deswegen verleugnet er auch damit den Vater. Okay. Next verse. Next verse. 1. Johannes 4, Vers 3. Und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von welchem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon ist er in der Welt. Okay. In the English it says, every spirit that confesses not that Jesus Christ has come in the flesh. Right? I don't see it. I don't see it. I don't see it. Also es steht aber bestimmt in der Start der 2000. Ich lese das nochmal. Ja, aber erst weiter. Nein, nein, nein. This particular verse. Das ist etwas kurz. Es steht jetzt, und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon ist er in der Welt. Okay. So, we read from the pioneers, right, that the spirit of Antichrist is denying that Christ, right, we're going to see it, God, comes in human, sinful, broken flesh. Wir haben hier gelesen das Zitat von Pionieren, dass die Lehre dieses Antichristen die Lehre ist, die verleugnet, dass Jesus in dieses sündige, gebrochene Fleisch gekommen ist. Okay. So, okay, nächster Vers. Nächster Vers. 2. Johannes 1, Vers 7. Denn viele Irrlehrer sind hinausgegangen in die Welt, die nicht bekennen, dass Jesus der im Fleisch gekommene Christus ist. Das ist der Irrlehrer und der Widerchrist oder Antichrist. Okay, so now, what does it mean that Christ comes in the flesh, right? Nun, was bedeutet das jetzt, dass Christus in the flesh kommt? Now, yesterday, when we were reading this about the first temple cleansing and about the work Christ does, und gestern, als wir darüber gelesen haben über diese erste Tempereinigung und das Werk das Christus tut, it explains that we are the temple, right? Da hat das ja erklärt, dass wir in den Tempel sind. And when Christ entered the temple, it was illustrating this human and the divine being combined. Und das, wenn Christus in den Tempel kam, illustriert das ja diese Verbindung, wie das Göttliche jetzt in das Menschliche kommt. Divinity flashed through humanity. Göttlichkeit ist durch die Menschlichkeit hervorgeblitzt. Und das hat es mit der Menschwerdung verglichen. Now, look what it says here in this next quote from Christian Education. Lass uns jetzt nachlesen, was das nächste Zitat hier sagt. Das ist Christian Education. Schau, oh schau auf Jesus und lebe. Du kannst nicht anders, als dich von der unvergleichlichen Anziehungskraft des Sohnes Gottes betrauern zu lassen. Christus war Gott, der sich im Fleisch manifestiert hat. das seit Ewigkeiten verborene Geheimnis und in unserer Annahme oder Ablehnung des Erlösers der Welt sind ewige Interessen involviert. So who came into the flesh? Wer kam hier in das Fleisch? What does it say? God. God, right? Steht God. God came in the flesh. It's divine and human being combined. God kam in das Fleisch. Göttlichkeit hat sich mit der Menschlichkeit verbunden. Okay, next quote. Christus war ein echter Mensch. Er hat seine Menschlichkeit bewiesen, indem er ein Mensch wurde. Doch er war Gott im Fleisch. Okay. So, it's Antichrist not to understand or to deny that God combined himself with sinful human man. It's also Antichrist the antichrist to verleugnen that God sich mit the Mensch verbunden that the God verbunden Okay, so what does Antichrist mean? What bedeutet this word Antichrist? Just the word itself, what does it mean? word itself, what does it mean? Antichrist is going to sin in the throne of God and claim to be God He's going to put himself in the place of God and do so, he's fighting against God but he claims to be God he puts himself in the place of God So, when you deny this doctrine why are you Antichrist? Because you are putting yourself in place of God and you are saying no, that's not what it means Right? Because you are saying not what it means that's not what God says Sister White says Spiritualism is when man lifts his word above God's word when you that the spiritism in the grunds is when you your word also that word over God word you something that is clearly laid out and they pervert and put their own construction on it this is spiritualism and it is antichrist and if something is very clear out and you still your opinion and your ideas over Gottes word spiritism that is antichrist the bible says the same thing as those two quotes just read in first john 4 and verse 15 the bible said that what we in the two zitats we read in 1 johannes 4 15 Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Okay, was sagt dieser Vers? Wenn du glaubst, dass Christus in das Fleisch gekommen ist, wer lebt dann in dir? Gott, right? Und der Doktor ist Christ in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn du also Christus in dir hast, hast du Gott in dir. Das haben wir ja gelesen, Christus war Gott im Fleisch. Das nächste ist jetzt hier von einer Homepage genannt, die heißt Catholic Answers, also katholische Antworten. Wenn du wissen möchtest, was die Katholiken glauben, dann geh und frag. Du kannst zu dieser Homepage gehen und ihnen diese Fragen stellen und sie werden diese Fragen beantworten und öffentlich stellen. Der Mensch hier hat dann eine offene Erklärung, also eine öffentliche Erklärung verfasst, was die Katholiken als Trinität glauben. Die Definition des Rates bezüglich der Dreifaltigkeit sind wirklich so einfach wie 1, 2, 3, 4. Es lehrte, dass es eine Natur in Gott gibt und dass es zwei Gottestrachten und vier Beziehungen gibt, die die Heilige Dreifaltigkeit ausmachen. Der Sohn geht vom Vater aus und der Heilige Geist geht vom Vater und vom Sohn aus. Okay, what does it say right there in that one bolded sentence, right? Where does the Son come from? Also woher kommt der Sohn? The Son comes out of the Father, right? Der Sohn kommt aus dem Vater raus. Where does the Holy Spirit come from? Und wo kommt der Heilige Geist her? From both the Christ and the Father, right? Now, the people in the church, that oppose the Godhead, this is what they believe. I've spoken to numerous people about this. This is what they say, that you believe the Trinity, three gods, this is the language they use. Sie sagen, du glaubst die Trinität, diese drei Götter. Don't believe three gods, it's one God, the three persons, right? Das ist gar nicht der Fall, sondern es ist ein Gott, aber drei Personen. But what they believe, they say that they deny this Trinity, but yet this is what they believe, which is really the Trinity. It's such confusion, brother. They accuse you of believing something that really is what they believe. This is what Satan does. Yeah. Sie werfen dir vor, etwas zu glauben, was in Wirklichkeit sie selbst glauben. Und das ist, was Satan oft tut. And you'll see this as we go through it. The Father is the one being, Christ is something that he generates constantly, and that the Holy Spirit comes from both of them. It's like a power source. Und das, was wir gleich auch noch weiterlesen werden, ist, dass sie glauben, dass der Vater sozusagen dieser Ursprung ist, und er generiert, oder bringt Christus dann hervor, und der Heilige Geist ist dann sozusagen auch von ihnen beiden irgendwie geschaffen, so eine Kraftquelle zwischen den beiden. Okay, let's, 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 let's read on. Lass uns das noch weiterlesen. Dies sind die beiden Gottes, beiden Gottes, Trachten in Gott. Also, ich weiß nicht. Gottes, Trachten. Ich bin, Processions in Gott. Ich weiß nicht, ob ich das zu versetzen habe. Und diese sind grundlegend für die vier Beziehungen, die die drei Personen in Gott ausmachen. Dies sind die vier ewigen Beziehungen in Gott. Also, hier ist das Problem, right? Sie benutzen diesen Ausdruck drei Personen, right? Also, sie benutzen diesen Ausdruck drei Personen. Aber ich kann euch versichern, dass sie nicht dasselbe meinen, wenn wir von drei Personen sprechen. Weil Sister White uses the expression three persons, she means three persons, three distinct and separate. Jesus does this very words, right? Deswegen, wenn Ellen White nämlich von drei Personen spricht, dann meint sie wirklich drei Personen, die voneinander bestimmt und unterschieden sind. Okay? Christus spricht zu dem Vater und der Vater sprach zu ihm. Due Personen, right? Christus hat zum Vater gesprochen und der Vater hat zu ihr gesprochen. Zwei Personen, unterschiedliche Personen. Otherwise, Christ in Gethsemane was praying to himself, right? Denn ansonsten hätte ja Christus in Gethsemane zu sich selbst gebetet. Okay. So, let's just jump down to this, just go past. Okay, let's go ahead. These three points. Geben wir jetzt und lasst uns diese drei Punkte hier anschauen. Das ist jetzt wieder von der katholischen Homepage. Der Vater erzeugt aktiv und ewig den Sohn. Dieser stellt die Person Gottes des Vaters dar. Zweitens, der Sohn wird passiv aus dem Vater erzeugt, der die Person des Sohnes darstellt. Drittens, der Vater und der Sohn bewirken eine aktive Spirale des Heiligen Geistes in der einen Beziehung innerhalb des Innenlebens Gottes, die keine Person darstellt. Also, im Englischen steht da Spirate. Yes, the Spirate. Also, das ist hier nicht ganz gut übersetzt. Also, aktive Spirale, das ist nicht wirklich richtig übersetzt. It's like the breath. Also, genau, sie hauchen. Also, der Vater und der Sohn hauchen und das ist dann der Heilige Geist. Okay. Right? So, when you look at this, the father... Ah, ich finde die Stadt. Oh, ich finde die Stadt. Und dann unter dem Fett gedruckt und das tut sie nicht, weil Vater und Sohn bereits in den ersten beiden Beziehungen als Personen zueinander stehen. Deshalb lehrt CCC 240, das scheint irgendein katholisches Dokument sein, Katechismus. Die zweite Person der heiligsten Dreifaltigkeit ist der Sohn und nur in der Beziehung zu seinem Vater. Right. So, they use language, but they mean something completely obscure to the human mind. Also, sie benutzen hier bestimmte Begriffe, aber es ist wirklich erstmal für den menschlichen Verstand sehr verborgen, was sie damit eigentlich meinen. Okay, so the father generates the son. What does it mean to generate? Was haben wir unter dem ersten Punkt gelesen? Der Vater erzeugt den Sohn. Oder generiert den Sohn. Yeah, he's constantly producing the son. Also, er produziert oder generiert beständig den Sohn. So, if he didn't constantly generate, what would happen to the son? Wenn er den Sohn nicht beständig generieren würde, was würde da mit dem Sohn passieren? Who ceased to exist. So, der Sohn ist no longer God, right? He's something that the father is constantly powering him up. Like he's on a cable, right? Or something, right? Der Sohn ist in dem Sinne nicht mehr selbst eingeständig Gott, sondern er ist abhängig vom Vater. Der Vater muss ihn beständig am Laufen halten, sozusagen, wenn man so ein Stromkabel reinstecken will. Okay, and it says the son is passively generated of the father. That means he has got nothing to do with it. Without the father, he could do nothing, right? Und der zweite Punkt sagt, der Sohn wird passiv aus dem Vater erzeugt. Deswegen, der Sohn ist völlig abhängig vom Vater zu existieren. And the third one's self-explanatory, that both the father and the son, they breathe, and this is the Holy Spirit. Und dann der dritte Punkt sagt, der Vater und der Sohn, sie beide hauchen, und das erzeugt den Heiligen Geist. So, the Holy Spirit cannot think, it cannot act independently, it can't search you out and all the rest of it. It's something that the father and the son are doing, right? Also, der Heilige Geist kann nicht unabhängig sein, er kann nicht denken, er kann nicht dich irgendwie erforschen, all diese Dinge, sondern, das ist, was der Vater und der Sohn machen, der Heilige Geist ist an sich gebunden. Okay, but let's look at this, what if, it tells you underneath here the definition of inspiration. I looked at it. Also, leider ist es nicht richtig übersetzt worden, glaube ich, im Deutschen. Also, da steht jetzt eine Spiralebildung. Aber, Wie explinden Sie denn das? Es wird jetzt erklärt, was es bedeutet, was es, die Bedeutung von Hauchen in New York City. Okay. Also, die Definition von Hauchen, kann man sagen, Das ist halt ein veralterter Begriff. Da steht, die Handlung des Atems als schöpferischer oder lebensspendende Funktion der Gottheit. Und weiter, die Handlung oder die Art und Weise, in der der Heilige Geist vom Vater oder vom Vater und vom Sohn ausgeht. Die Beziehung, die aufgrund dieser Gottestracht besteht. So, Punkt Nummer 4. Und der vierte Punkt. Der Heilige Geist ist passiv aus dem Vater und dem Sohn geistesgegenwärtig und stellt die Person des Heiligen Geistes dar. So, the Holy Spirit is also passive, right? Der Heilige Geist ist also auch passive. So, if Christ and the Father stop breathing, what happens with the Holy Spirit? Also, wenn Christus und der Vater aufhören zu atmen oder zu hauchen, was passiert dann mit dem Heiligen Geist? Doesn't exist, right? Er hat aufzuexistieren. So, really, how many beings is right there? Deswegen, wie viele Wesen gibt es dann in der Glücklichkeit? One. Okay. You will see this as we go through. Das werdet ihr noch genauer sehen, wenn wir da vorfahren. Okay. Let's now... Und das ist jetzt hier eine Fortführung des Gedankens dieses Katholiken, der diese Homepage hier treibt. Wir sollten den Unterschied zwischen der erzeugenden Gottestracht, die den Sohn ausmacht, und der spiralförmigen Gottesfurcht, die den Heiligen Geist ausmacht, zur Kenntnis dem. Wie der heilige Thomas von Aquin erklärt und die Schrift offenbart, ist der Sohn in einzigartiger Weise vom Vater gezeugt. Es heißt auch, dass er vom Vater als das Wort, in Johannes 1, Vers 1, ausgeht. Diese zeugende Gottestracht ist eine Zeugung, aber nicht in der gleichen Weise, wie ein Hund einen Hund zeugt oder ein Mensch einem Menschen zeugt. Dies ist eine intellektuelle Zeugung. Okay, what does he say about the word begotten here? Also, was sagt er hier über das Wort geboren? Does it mean to be born, right? Es bedeutet nicht wirklich, in dem Sinne geboren zu sein oder gezeugt zu sein. It's an intellectual begetting, right? Sondern es ist eine intellektuelle Zeugung. So, they're making God's word of none effect right there, putting his own construction upon God's word, right? Sie setzen Gottes Wort aus der Kraft. Sie legen ihre Eigendeutung hier auf das Wort Gottes. Okay, so when Christ came to the earth, right? He was begotten of the Father, right? So, was this just an intellectual begetting or was it something that physically took place? Und war das nur eine intellektuelle Zeugung oder war das wirklich, was wirklich physisch stattgefunden hat? Yes, right? So, in that soul fact, they contradict themselves, right? Das hat tatsächlich stattgefunden und da widersprechen sie sich schon. Okay, so we have to look at these things very closely, right? Anyway, let's read on. Lass uns weiterlesen. Also, dies ist eine intellektuelle Zeugung, passend dazu, ein Wort, welches von Wissenden ausgeht, während es gleichzeitig im Wissenden verbleibt. Diese Gottestracht oder Zeugung des Sohnes findet also innerhalb des inneren Lebens Gottes statt. Es handelt sich nicht um zwei Wesen, sondern um zwei Personen, die sich in ihrer Beziehung voneinander unterscheiden, während sie immer eins in ihrem Wesen bleiben. Okay, so right here they say, right? There are not two beings involved, rather two persons. So, what's their understanding of what a person is? Hier sehen wir ganz klar, sie sagen, es sind nicht zwei Wesen, sondern es sind zwei Personen. Was ist also ihr Verständnis von einer Person? Like Christian and Manuela, they are two persons, right? Christian und Manuela sind nur zwei Personen. Aber sie sind auch zwei Wesen. So, they are taking the language of the Bible that's there written for us to understand and putting, again, their own construction upon it. Also, sie nehmen diese Sprache der Bibel, die an sich da ist, dass wir sie verstehen können, aber sie legen ihr eigenes Verständnis darauf. Also, sie sagen hier, das sind zwei Personen, die sich in ihrer Beziehung voneinander unterscheiden, während sie immer eins in ihrem Wesen bleiben. Also, es ist ein Wesen, sie sagen, es sind nicht zwei Wesen. Okay, let's just read through to the end. Lass uns noch den Rest lesen. Der Heilige Geist geht vom Vater und vom Sohn aus, aber nicht in einem erzeugenden Sinne, sondern in einem Atemzug. Das ist jetzt wie das Wort Spirate, also das Hauchen. Kommt vom lateinischen Wort für Geist oder Atem. Jesus hauchte sie an und sagte zu ihnen, empfanget den Heiligen Geist. Die Heilige Schrift offenbart den Heiligen Geist in Römer 5,5 als Gottesliebe, die in unser Herzen ausgegossen wurde. Sie wird als aus der erwidrenden Liebe des Vaters zum Sohn und des Sohnes zum Vater fließend identifiziert. Die Gotteskraft des Heiligen Geistes ist also nicht intellektuell und erzeugend, sondern hat ihren Ursprung im Willen Gottes und im letzten Willensakt der Liebe selbst. Und im letzten Willensakt der Liebe ist. In Gott sehen wir den Vater, das Einssein und erste Prinzip des Lebens in der Gottheit, den Sohn, das Wissende, das Wort, das vom Vater ausgeht, und den Heiligen Geist, das Wollen, den Bund der Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn, der als Liebe vom Vater und dem Sohn ausgeht. Diese drei sind nicht gleich eins, wenn wir versuchen, drei gleich eins mathematisch zu sagen. Diese drei sind unterschiedliche Realitäten, beziehungsmäßig gesprochen, so wie mein eigenes Sein wissen und wollen drei unterschiedliche Realitäten in mir sind. Doch sowohl bei Gott als auch beim Menschen existieren diese drei voneinander unabhängige Realitäten in einem einzigen Wesen. Drei Personen, aber ein Wesen. So Joseph Bates, right at the beginning, what did he say? Deswegen, was hat Joseph Bates direkt am Anfang gesagt, in meinem ersten Zitat? If you can get me to believe that I is your son, I am you my father, and you my father as me your son, then I will believe the Trinity, right? Dann hat er zu seinem leiblichen Vater gesagt, wenn du mich überzeugen kannst, dass ich als dein Sohn der gleiche bin, wie du mein Vater ist, und du bist der gleiche wie ich, dann kannst du mich überzeugen, dass ich die Trinität glaube. Und diejenigen, die Antitrinitarier, die lehren eigentlich letztendlich vom Prinzip das, was die Katholiken lehren, aber werfen den Leuten vor, die die Gottheit glauben, dass sie die Trinität glauben müssen. Okay, it's confusing, right? Das ist wirklich verwirrend. Okay, now I wanted to make a point here, right? Go to, go to, excuse me, sorry, go to 2. Thessalonians. Gehen wir zum 2. Thessaloniker-Bieb. 2. Thessaloniker-Bieb. 2. Thessaloniker-Bieb 2. 2. Thessaloniker-Bieb 3-4 Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Okay. Guys, it's me. The very first line, what is being said here? The very first line, what is being said here? What is Paul saying? What did Christ say on the matter of all? Lass dich nicht verführen, was hat Christus auf dem Ölwerk gesagt? Be not deceived, right? Hüte dich davor, verführt zu werden. Right? And they both talk about the same thing. Und sie sprechen über dieselbe Sache. Also lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt, als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Okay. So, this is a warning about Antichrist, right? Das ist also eine Warnung gegenüber oder vor dem Antichrist. And this is Antichrist in the external sense, right? Und das ist ja hier der Antichrist extern gesehen. Wer ist der Antichrist? Wer ist der Antichrist? Of course, we don't see it, but who is the Antichrist? Who is the agent on earth that's Antichrist? Wer ist das Werkzeug hier auf Erden, der der Antichrist ist? Papacy, right? This is the son of perdition, right? Das ist der Sohn des Verderbens. Who is going to sit in the throne of God, claiming himself to be God, right? Auf dem Thron Gottes sitzt und von sich vorgibt, Gott zu sein. History is going to repeat itself, right? Die Geschichte wird sich ja wiederholen. Okay, but the son of perdition that's mentioned here in Vers 3, der Sohn des Verderbens, der hier in Vers 3 erwähnt wird, who else is the son of perdition? Wer ist sonst noch der Sohn des Verderbens? Judas, John 17, right? Judas, in Johannes 17, nehmt Jesus Judas den Sohn des Verderbens. Okay, Judas is the foolish virgin, right? Und Judas stellt ja die türlichen Jungfrauen an. Okay, Judas is the son of perdition. Judas ist der Sohn des Verderbens. And the son of perdition is Antichrist. Und der Sohn des Verderbens ist der Antichrist. In John, in 1 John, he talks about a few Antichrists, right? Und im 1. Johannesbrief, da spricht Johannes über diese paar Antichristen, richtig? Right? Richtig? No, he says many Antichrists, right? Sagt viele Antichrists. In Matthew 24, right, when Christ says be not deceived, Matthäus 24, wo Jesus sagt, hüte dich davor, verführt zu werden. He says one or two false prophets will come at the end of the world. Sagt er, ein oder zwei falsche Propheten werden am Ende der Welt kommen. No, he says many false prophets. Nein, er sagt viele falsche Propheten. Okay, the many false prophets are the many Antichrists. Die viele falschen Propheten sind die vielen Antichrists. They are Judas. They are the foolish virgins. Sie sind Judas. Sie sind die törichten Jungfrauen. Okay, they are the son of perdition. Sie sind der Sohn des Verderbens. Because they have been drinking the wine of Babylon, just like the kings of the earth drink the wine of Babylon. Sie haben den Wein Babylons getrunken, genauso wie die Könige der Erde den Wein Babylons trinken. Now, when we were reading through this thing, was it confusing? Als wir durch diese Textstellen jetzt gerade gelesen haben, war das verwirrend, alles zu lesen? It's like something is not real. It's like you're reading some rocket science or something. It doesn't really make sense to you. The Bible was written for the simple person. God is an inclusive God. Es steht, dass für die weltlichen Weisen das Verständnis für die Bibel verschlossen ist. The humble, the simple, childlike person with that sort of heart, that's who God opens the truth to. Für diejenigen, die ein demütiges, kindliches und ein kleines Herz haben, die öffnet Gott das Wort. Okay, in this last sentence there, right? They say right there, these three subsist in one being. Let's read what Sister White says. It's from a quote we read yesterday, right? Lassen Sie uns jetzt nochmal lesen, was Anne White dazu sagt. Das ist ein Zitat, das wir bereits gestern schon gelesen haben. So, the point is now, what do you believe? Do you believe the Catholics, they're white or do you believe Sister White? Und die Frage ist jetzt, wem glaubst du? Glaubst du den Katholiken und ihren Glauben oder glaubst du Anne White? So, how many beings did she say that? Wie viele Wesen, sagt sie, gibt es dort? Three, right? Sie sagt, es gibt drei Wesen. Not one, three. Nicht ein Wesen, sondern drei Wesen. Okay, let's read them. Lassen Sie es vor, Kampus, uns weiter lesen. Du sollst offenbaren, dass du für die Sünde tot bist. Dein Leben ist verborgen bei Christus in Gott. Verborgen mit Christus in Gott. Wunderbare Verwandlung. Dies ist eine höchst kostbare Verheißung. Wenn ich mich bedrängt fühle und kaum weiß, wie ich mich gegenüber der Arbeit, die Gott mir zu tun gegeben hat, verhalten soll, rufe ich einfach die drei großen Ehrenwerten an und sage, ihr wisst nicht das. So, wenn sie Hilfe braucht, was tut sie dann? Was macht sie? Sie ruft diese drei Ehrenwerten oder Wünnträger an. Sie ruft den Vater an. Sie ruft den Christus an. Und sie ruft auch den Heiligen Geist an. Ich glaube nicht, dass sie alle drei mit Namen benutzt. Und ich glaube jetzt nicht, dass das bedeutet, dass du alle drei namentlich erwähnen musst, sondern in dem Sinne, dass wenn du Gott anrufst, dann, dass du verstehst, dass alle drei kommen werden, dir zu helfen. So, Thomas, Christian und Antje, drei Personen im Hintergrund. Wenn ich Thomas möchte, dass er mir hilft, dann sage ich, Thomas, hilf mir bitte. Wenn ich Christian möchte, dass er mir hilft, dann sage ich, Christian, kannst du mir helfen. Und gleichzeitig gilt auch für Schwester Antje. Es sind drei Personen und drei Wesen. Und ich weiß, dass wenn ich sie alle drei fragen würde, dann würden alle drei mir helfen. Aber wie kannst du dem Heiligen Geist zum Beispiel fragen, dir zu helfen, wenn der Heilige Geist gar nicht selbstständig denken kann? Wenn du es anschaust, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Jetzt kommen wir zu diesem prophetischen Aspekt, und da werden wir erkennen können, warum diese Lehre wichtig ist, dass wir sie verstehen. Okay, let's go to Isaiah chapter 14. Gehen wir jetzt zu Jesaja 14. Verses chapter 14. Und dann den Versen 12 bis 14. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, und du zu fahrt, du Morgenstern. Wie bist du zu Boden geschmettert, der du die Völker niederstrecktest. Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel an vorsteigen, und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen, und mich niederlassen auf den Götterberg im äußersten Norden. Ich will über die in Wolken gehüllten Höhen an vorsteigen, dem Allerhöchsten gleich sein. Okay, so listen, was du gesagt hast. Lucifer, der Satan ist. Was wollte er machen? Sie wollen es stellen. Ja, das ist Teil des Wortes, was es sagt. Ja, also er wollte seinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. So, wer sitzt auf einem Thron? Aber wer sitzt auf einem Thron? Ein König, right? Ein König. Ein Thron ist ein Symbol für einen König, right? Ein Thron ist ein Symbol für einen König. Aber er sagt, I will sit also. Wenn du also in der, es braucht etwas anderes, right? Aber er steht auch, und mich niederlassen auf dem Götterberg im Englisch steht, und mich auch niederlassen auf dem Berg der Versammlung. Alright, so was wollte er auch noch tun? In der Englisch steht da, er wollte sich auch auf dem Versammlungsberg niederlassen. Und was ist dieser Berg der Versammlung? Zion, oder Jerusalem, right? What is it a symbol? Und wofür steht das symbolisch? It says Church, right? It says Gottes Gemeinde. So Satan wants to be both King and High Priest, right? Satan wollte es sowohl König sein als auch der Hochchrist. But what did Christ say about Caesar? Er wollte Kirchen und Stadt vereinen. Was hat Christus über Caesar gesagt? Gib dem Caesar, was dem Caesar gehört, und gib Gott, was Gott gehört. Er hat verstanden, dass wir als menschliche Wesen sind nicht in der Lage, die Kirche und den Staat zu vermischen. Aber was hat Satan zwischen 538 und 1798 gemacht? Er hat Kirche und den Staat vermischt. Er hat Kirche und den Staat vermischt. Er sagt, wenn immer das passiert, wenn Kirche und den Staat zusammenkommen, ist die Verfolgung unweigerlich. Aber hier in Vers 14 möchte ich noch den Punkt hervorheben, wo er sagt, ich möchte mich dem Allerwösten gleich machen. So, this is a principle that Satan wants to be like God. Das ist ein Prinzip, das Satan so wie Gott sein möchte. Okay, so... So, we may have shown this illustration to some people before, but for the sake of the purpose of this, we're going to show it again. Also, wir haben das vielleicht schon ein paar Leuten hier gezeigt, aber jetzt, um diese Studienbild, das werden wir jetzt nochmal zeigen. Okay, so... I want to show you how just one illustration of Satan counterfaits everything God does. Ich will jetzt einfach nur eine simple Darstellung euch zeigen, um zu zeigen, wie Satan alles fälscht, was Gott tut. Because it says that he wants to be like the most high God. Wir haben ja gelesen, er möchte so sein wie der Allerwöste. But he's going to make it look like the same thing, but it's a counterfeit. Er wird es so aussehen lassen, wie das wahre, aber es ist eine Fälschung. So Christ, right? He has his birth right at the beginning, right? Christus hatte ja seine Geburt am Anfang. So, and from the time Christ is born till the time he begins his ministry, how many years was he preparing? Und von der Zeit, wo er geboren wurde, bis er dann seinen Dienst anfing, wie viele Jahre hat er sich vorbereitet? 30 Jahre. Warum? Christ hat ja einen Sinn und Zweck unter allem. Warum 30 Jahre? Because a priest began his work at 30 years old, right? Ein Priester seinen Dienst mit 30 Jahren anfing. Tells us that in the Bible, right? Sagt uns die Liebe. So, right on time, right? Christ begins his ministry, right? Genau aus der rechten Zeit fängt Jesus seinen Dienst an. In 27 AD, right, he gets baptized. 27 nach Christus wird er getauft. Und wie lange hat Christus dann gedient? Dreieinhalb. Dreieinhalb Jahre, right? Dreieinhalb Jahre. Und was ist am Ende der dreieinhalb Jahre passiert? Er ist zum Kreuz gegangen. Er starb, aber er ist dann ja auferstanden von der Tod. Right? Richtig? Okay. So, we're talking about this conflict between Christ and Satan, right? Wir sprechen ja hier über diesen Streit zwischen Christus und Satan. And we asked this question before, who is Antichrist? And ultimately, Antichrist is Satan, right? Wir haben uns vor die Frage gestellt, wer ist Antichrist? Und im Grunde genommen, letztendlich ist es Satan persönlich. Okay? Satan wants to be like the Most High God, right? Und Satan möchte ja so sein wie der Allerhöchste. Und Satan wird angebetet, wenn die Leute die katholische Kirche oder den Papst anfangen anzutreten. This is why the Pope is Antichrist. He's putting himself in the place of God. So, according to our chart, right here, we're going to talk about this subject in my next presentation, right? The Taken Away of the Daily, right? Da fand das Weg neben das Täglichen statt, 508. And right here on this chart, it says here, the pagan dominion of the daily taken away, 508. Und auf dieser Karte steht dann, die heidnische Vorherrschaft oder das Tägliche wurde 508 wegnimmt. So, 508, the daily is taken away, right? 508, das Tägliche wurde weggenommen. And it's preparing now for Antichrist to rule. Und das ist eine Vorbereitung, damit der Antichrist jetzt anfangen kann zu regieren. When did Antichrist rule? Und wann fing der Antichrist an zu regieren? 538, right? How many years from 508 to 538? 30 years, right? According to the Bible, how many years did the Antichrist rule for? Times, time, times and half a time, right? Eine Zeit, zwei Seiten und eine halbe Zeit. How long is that? That's three and a half years, right? Dreieinhalb Jahre. Three and a half prophetic years, both represent 1260. Dreieinhalb prophetische Jahre, also beide dreieinhalb stellen 1260 da. What happens at the end of his reign? He gets a deadly wound. Da hat der Papst eine tödliche Wunde erhält. But what did we read in Revelation 17 yesterday? Aber was haben wir in Offenbarung 17 gestern gelesen? The ethers of the seven and will go into perdition, right? Da ist der achte einer von den sieben und wird ins Verderben gehen. It says that he's going to be resurrected, right? It's a perfect counterfeit, right? It's wirklich ein perfekter Felscher. You see many of these illustrations in the Bible, when you look at prophecy closely, right? Also wir sehen viele solcher ähnlichen Darstellungen, wenn wir die Prophetie genau betrachten. So, what I want you to understand is, Satan wants to be like the most high God. Also was ich heute verstehen, was möchte, Satan möchte wie der allerhöchste Gott sein. But Satan is a single person, right? Aber Satan ist ja nur eine einzige Person. Er ist ein Wesen. Aber Gott ist drei Wesen. So, ein Wesen muss jetzt drei Wesen fälschen. Und er muss das ja irgendwie machen, damit er jetzt Leute täuschen kann. Das ist, was wir uns anschauen werden. Lassen Sie uns jetzt ein paar Attribute oder Charaktermerkmale Gottes anschauen. Malachi 3, Vers 6 Denn ich, der Herr, verändere mich nicht, darum seid ihr Kinder Jakobs nicht aufgegeben worden. So, what does the Lord not do? Was tut der Herr nicht? Sich verändert. Er verändert sich nicht. Okay, so Let's read the next verse. Hebrews 13, Vers 8 Jesus Christus ist gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Warum? Because he is God and he doesn't change. So, if Satan, right, who is Antichrist, is going to counterfeit God, what must he not do? Also, wenn Satan, der der Antichrist ist und Gott fälschen möchte, was muss er dann auch nicht tun? Sich verändern. You must not change, right? Ja, er darf sich auch nicht verändern. Has to be this counterfeit, right? Muss er eine Fälschung davon sein. Let's read this next quote from Great Communist. Lass uns das nächste Zitat aus dem Großen Kampf hier lesen. Die Verteidiger des Tapsums behaupten, die Kirche sei schlecht gemacht worden und die protestantische Welt ist geneigt, diese Aussage zu akzeptieren. Viele drängen darauf, dass es ungerecht ist, die Kirche von heute nach den Gräueln und Abscheuligkeiten zu beurteilen, die ihre Herrschaft während der Jahrhunderte der Unwissenheit und Dunkelheit geprägt haben. Sie entschuldigen ihre schreckliche Brutalität als Ergebnis der Grausamkeit der damaligen Zeit und plädieren dafür, dass der Einfluss der modernen Zivilisation ihre Gefühle verändert hat. Haben diese Personen den Anspruch der Unfehlbarkeit vergessen, den diese hochmütige Macht seit 800 Jahren erhebt? So what does the PPC claim to be? Was auf Anspruch des Papstum? Die Unfehlbarkeit. Unfehlbarkeit, right? Unfehlbarkeit. What does Unfehlbarkeit mean? Und was bedeutet Unfehlbarkeit? Dass sie richtig sind und dass sie sich nicht verändern werden. Okay, let's continue. Lass uns weiterlesen. Diese Behauptung wurde im 19. Jahrhundert noch lange nicht aufgegeben, sondern mit größerer Zuversicht als je zuvor bekräftigt. Wie kann Rom behaupten, dass die Kirche nie irrte und nach der Heiligen Schrift auch nie irren wird? So, what do they say? According to the Scriptures, they will never irren, right? Sie sagen, im Mies der Schriften werden sie nie irren. Wie kann sie auf die Prinzipien verzichten, die ihren Kurs in früheren Zeiten bestimmt haben? Die päpstliche Kirche wird niemals ihren Anspruch auf Unfehlbarkeit aufgeben. Alles, was sie bei der Verfolgung derjenigen getan hat, die ihre Dogmen ablehnen, hält sie für richtig und würde sie nicht dieselben Taten wiederholen, wenn sich die Gelegenheit dazu bieten würde? Wenn die von staatlichen Regierungen auferlegten Beschränkungen aufgehoben würden und Rom wieder in seine frühere Macht eingesetzt würde, würde es rasch zu einer Wiederbelebung seiner Tyrannei und Verfolgung kommen. Okay, so, what does it say she'll do? The first chance, she gets an opportunity. Also, was sagt es ihr? Was werden sie sofort tun, wenn sie die Möglichkeit wieder haben? Exactly the same, right? Sie werden genau dasselbe tun, wie zuvor. History is going to repeat itself, right? Die Geschichte wird sich wiederholen. Okay, now, go to Revelation chapter 13. Gehen wir jetzt zu Offenbarung 13. Und let's read Verses 1 bis 2. Wir lesen dann in Verses 1 bis 2. Und ich stellte mich auf den Sand des Meeres und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das zehn Hörner und sieben Köpfe hatte, und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Köpfen nahm der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war ein Panther, oder im Englischen Leoparden gleich, und seine Füße waren wie die eines Bären, und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seine Thronen und große Macht. Okay. Without getting into the details, who is this beast rising here in Revelation? Ohne in irgendwelche Details zu gehen. Wer ist dieses Tier, was hier aufkommt in Offenbarung? Der Papier ist es, oder? Der Papier ist es, oder? Es ist sehr einfach, das zu zeigen, oder? Aber Sister White sagt es sehr schnell. Sehr einfach, das zu sehen, aber Elmwald sagt es auch Schwarz-Weiß. Okay, nächste Kut. Lesen wir das im nächsten Zitat. In Kapitel 13, Vers 1-10 wird ein anderes Tier beschrieben wie ein Leopard, dem der Drache seine Macht, seinen Sitz und große Autorität gab. Dieses Symbol steht, wie die meisten Protestanten geglaubt haben, für das Papstum, das die Macht, den Sitz und die Autorität des alten römischen Reiches übernommen hat. So, sie benutzt hier diesen Ausdruck, dieses Leoparden. Das ist ein Leopard-ähnlicher Tier. Let's read Jeremiah 13, Vers 23. Lass uns jetzt Jeremiah 13, Vers 23 lesen. Kann wohl ein Moor seine Haut verbandeln, oder ein Leopard seine Flecken? Könnt ihr auch Gutes tun, die ihr gewohnt seid, Böses zu tun? Was kann der Leopard nicht tun? Seine Flecken nicht ändern. Er kann seine Flecken nicht ändern. Wer ist das Papstum? Er ist dieses Leopard-ähnliche Tier. Er möchte so sein, wie der allerhöchste Gott. Es verändert sich nicht. Und die erste Möglichkeit, die das Papstum bekommt, wird es dann wieder demonstrieren, dass es sich nicht verändert hat. Und, brothers and sisters, 538 bis 1798 ist ein Symbol für das Ende der Welt. Und in diesen 1260 Jahren haben sie zwischen 50 und 100 Millionen Christen getötet. Nimm diese Zahl und bring sie hier ans Ende der Welt und setze sie aber in eine kleine Zeitspanne. Und das wird dir ungefähr einen Vorgeschmack geben, was vor uns liegt. Okay. We're not talking 1260 years when this millions are spread out over. It's going to be much worse than that, than in a very short period of time. Deswegen, wir sprechen nicht jetzt hier über diese 100 Millionen Menschen, die über diese lange Zeitspanne von 1260 Jahren verteilt worden sind. Sondern, ja jetzt am Ende der Welt, in einer kurzen Zeitspanne und vielleicht sogar noch viel mehr sein wird. Okay. In Revelation 17 in Vers 8. Auf dem Baum 17, 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 Vers 8 steht, Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen. Und die, auf der Erde wohnen, deren Namen nicht beschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Und die, auf dem Baum 17, Vers 8, Vers 8, Vers 8, Vers 9, 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 Vers 11 bis 13 In Vers 8 spricht es ja über das Tier, was Johannes gesehen hat. Und wo hat Johannes das Tier gesehen? In Revelation 17, look in Vers 3. Was hat Johannes dort gesehen? He saw the woman sitting on the dragon, right? He saw the woman sitting on the dragon. With the 7 hands and 10 hands. So, here's this. Sitting on the dragon, right? Die Frau sitzt hier auf dem Drachen. Okay? So, in Vers 8 it says, The beast that thou sawest, this was the beast that he saw, right? Das Tier, was du gesehen hast, das ist dieses Tier, was gesehen worden ist. It says it was, es war, is not, ist nicht, wann ist es, dass es nicht mehr ist? 1798. It says, And shall ascend out of the bottomless pit and go into perdition. Und es wird wieder aufkommen und dann ins Verderben laufen. Who's the son of perdition? Wer ist der Sohn des Verderbens? Okay, wir recorden the second Thessalonians. Mir ist zweiter Thessaloniker gelesen. The papacy, right? The papacy. Because the woman is sitting on the dragon, right? I also use this illustration, when a rider is sitting on a horse, who do you talk to? The horse or the rider? Because the rider is the one controlling the horse, right? The rider is the one controlling the horse, right? The horse has got no rider, you talk to the horse, right? Aber wenn das Pferd kein Reiter hat, dann sprichst du zu dem Pferd. And if there's a rider and a horse and there's an accident happens, who's culpable? Und wenn da ein Reiter und ein Pferd existiert und da findet jetzt ein Unfall statt, wer ist dann verantwortlich? Was ist das man spürt? The rider. The rider, right? The rider. This is why this is the papacy. Not because there's only one entity there, but because she's the one controlling, right? Deswegen ist das hier das Papst und nicht, weil es nur ein Tier gibt, sondern weil sie diejenige macht, das die hier kontrolliert. So let's go to verse 11, right? To 13. Lesen wir jetzt Verse 11 bis 13, Offenbarung 17. Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der Achte. Und es ist einer von den Sieben und es läuft ins Verderben. Okay. So what number is the papacy? Welche Nummer oder Anzahl ist hier das Achte? It's the Eve, right? The Achte. What's the Eve? Why does it call it the Eve? Warum wird das hier als das Achte beschrieben? Come on, brothers and sisters, it's written in God's Word. Why the Eve? Warum das Achte? What happened on the 8th day to the child that was born? Circumcision, right? And what is circumcision? Any typo? Baptism, right? And when you're baptized, what are you? Born again, right? What's it telling us right here about the papacy? The papacy is going to be resurrected, right? It's going to be resurrected, right? This is exactly what's happened. Christ was resurrected. The papacy is going to be resurrected. That's right. What's happening here, was passiert ist. Christus is wieder auferstanden und das Papstum wird auch wieder auferstehen. Now it's going to talk about the dragon, right? Jetzt spricht es hier über den Drachen. Vers 12 und 13. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die noch kein Reich empfanden haben, aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft gegen Tier. Okay, so, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, was haben sie? Was macht sie ein? Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, was vereint sie? Charakter. Ja, der Charakter. Aber der Charakter, richtig. Der Sohn, der Units. Also alles, was sie tun, ist in völliger Übereinstimmung, da gibt es keine Disharmonie im Himmel. Und was sagt es hier im Vers 13 über den Antichristen und dieses letzte Königreich hier? Das ist ja ein einmütigen Sinn. Da haben sie auch ein einmütigen Sinn. Right? They got one man, right? Ein einmütigen Sinn. Because they're counterfeiting the work of God. Sie fälschen das Werk Gottes. Okay, let's go to Revelation 16, Vers 13. Gehen wir jetzt zu Offenbarung 16, Vers 13. Das ist auch wieder in der Notizierung. Brother Lawrence hat es gestern schon behandelt. Offenbarung 16, Vers 13 bis 14. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleiche Föschen. Es sind nämlich Geister von Dämonen, welche Zeichen tun und zu den Königen des ganzen Erdkreises ausziehen, um sie zum Kampf an jenen großen Tage Gottes des Allmächtigen zu versammeln. Okay, how many is marty? Wie viele Mächte sind hier marty? Or let me ask this question, first is this a satanic entity or? Sind das hier satanische Einheiten oder ist es göttlich? Satanisch, right? And how many is there? Wie viele sind there? Drei. 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 Haltet das in Erinnerung. Okay, let's read this next quote. And Brother Lawrence touched on these points, the dragon, the beast and the false prophet are three earthly entities, right? Brother Lawrence hat gestern darauf schon Bezug genommen, dass der Drache, das Tier und der falsche Prophet diese drei irdischen Mächte sind, drei jüdische Entität. Okay, we will cover that later on. Und das werden wir auch dann im nächsten Vortrag nochmal betrachten. Okay, last quote and then we'll take a break. Letztes Zitat und dann werden wir eine Pause machen. Durch die beiden großen Irrtümer, die Unsterblichkeit der Seele und die Sonntagsheiligkeit, wird Satan das Volk unter seine Täuschungen bringen. Während ersterer die Bundlage des Spiritismus legt, schafft letzterer einen Bund der Sympathie mit Rohr. Die Protestanten der Vereinigten Staaten werden vorerst ihre Hände über die Kluft strecken, oder zuerst, das ist die beste Übersetzung, werden zuerst ihre Hände über die Kluft strecken, um die Hand des Spiritismus zu ergreifen. Sie werden über den Abgrund greifen, um die Hand der römischen Macht zu ergreifen und unter dem Einfluss dieser dreifachen Vereinigung wird dieses Land den Schritten Roms folgen und die Gewissensrechte mit Füßen treten. Okay, you've got three entities here. What does it say that they have? Also, wir haben jetzt hier drei Entitäten, drei Mächte, und was stellen sie dar? The Protestants, right? Haben wir die Protestanten. Okay. Spiritualism. Spiritismus. And the Roman power, which is the papist. Und die römische Macht, was das Papst und der Katholizismus ist. So, the Protestants, who is that? Protestanten, wer ist das? Okay. So, we've got the dragon, and then the drachen, the beast, das Tier, and the false prophet. mit falschen Prophe. Hier, nein. Nein. Actually, it's false share. Okay. Okay. E, N, yeah. Excuse my journey. Okay. So, the dragon, the beast, and the false prophet. What I want you to understand, is this threefold union right there, is this threefold union right here. What I want you to understand, is this threefold union right there, is this threefold union right here. Okay. The beast. Who's the beast in Bible prophecy? That's the beast. Who's the beast in Bible prophecy? Okay. It's the Roman power, right there, right? The römische Macht, the papist. And Brother Lawrence covered yesterday, the false prophet. Who is that? And Brother Lawrence covered yesterday, Who is that? Who is that? the false prophet. Protestantism, right? United States. So, what does that leave? Spiritualism, right? The spiritism, Okay. And the dragon, and we will, I'll give you clear illustrations for this, represents the kings of the earth, or the leaders of the world, right? How many religions do we have out there in the world? And they're all pagan, right? Viele, viele verschiedene, and they're all in sich, eidnish. But they're all of them have their root in Babylon, right? Also, they're all in their roots in Babylon, and they're all works-based, and they're all, they're all worship idols, right? And which power on the earth has brought them all together? And which power on the earth has brought them all together? And the ecumenism, right? Because they're all of one mind, right? They're all of one mind, That's what it says there, they're all of one mind. They all have the same doctrine, just promulgated in a different way, right? And paganism is spiritualism, right? You're worshiping devils, you're worshiping idols, right? Betest Teufel an, betest Götzen. So, it's easy to see that the ten kings, which is the dragon, is the spiritualism. It's easy to see, that the ten kings, what the dragon is, is the spiritualism. And we'll cover that in greater detail in the next presentation. And that we'll be in the next lecture as we'll look at detail. Okay. So, let's close with a word. Let's close with a word. Dear Heavenly Father, Dear Heavenly Father, Lord, we thank you for your word. Herr, we thank you for the illustrations that you bring to us line upon line. Wir danken für die Darstellung, die du zu uns bringst, Linie auf Linie. How you're preparing your people by revealing Satan's plan, wie du dein Volk vorbereitest, indem du uns Satans Plan offenbarst, so dass wir nicht verführt werden. Deswegen bitte hilf uns, dass wir Teil deiner Herde sein können, und du hast gesagt, meine Schafe oder meine Herde, die hört meine Stimme. So, please help us, Lord, to be like little children and hear your voice and not the voice of another. Deswegen bitte hilf uns, dass wir wie kleine Kinder sein können, damit wir deine Stimme hören und nicht die Stimme eines Fremden. I pray that you'll help us to dwell upon these things. Deswegen bitte hilf uns, dass wir über diese Dinge nachdenken, that they would become the source of our thoughts in the coming days, so dass sie die Quelle unserer ganzen Gedanken in den nächsten Tagen sein mögen, so dass wir unsere Herzen vorbereiten können für das, was kommt, und dass wir uns nicht vorbereiten für ein Thema, das wir versagen. Und wir bitten dich, dass du uns weiter fortfährst zu segnen diesen Tag. Und wir bitten all dies im Namen Jesu. Amen. Amen.